Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir wollten einmal hier, dann 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 hier, was hältst du davon ab? Und ich, ich esse. Hier, ein wenig Dünger. Lecker. Knusper, knusper, knäuschen. Wer knappert an meinem Karbäuschen? Sie ist bis zur Tür gekommen, aber jetzt hat sie ein Problem. In der Tat. Kannst du mit dir reden? Ich habe mal gehört, dass Pflanzen besser wachsen, wenn man ihnen was vorsingt. Bibidi-bi, bibidi-ba, bibidi-bu, skibidi-bi-bi-bi-di-ba, bibidi-bu, skibidi-bi-bi-di-ba, bibidi-du, yeah. Leider habe ich kein Maßband. Mich würde interessieren, ob ich Erfolg hatte. Die ist bloß Dekoration. Achso. Aber Schild haben wir ja noch. Dann zieh dir mal das Schild an. Nur für Personal. Dann nehmen wir es auch mal gleich mit. Schade. Fest. Schade. Fest. Hallo? Jemand zu Hause? Ich komme jetzt rein. Kleine Reaktion. Nur für Edna. En garde! Gut, dass Sie diese Trainingsschilde hier aufgestellt haben. Ich muss mich später bei diesem Ritter vom Personalorden bedanken. Ich glaube, das hier war der Screen, wo ich das erste Mal bei einer Objektreaktion gemerkt habe, ich will eigentlich, dass Edna nicht nur einen Satz dazu sagt, sondern dass sie das tatsächlich auch benutzt. Das war mit der Pflanze. Benutze Zick-Zack-Schere mit Pflanze. Und das war der erste Screen, wo ich halt tatsächlich eine neue Grafik gezeichnet habe. Ich habe gesagt, warum sollte Edna diese Pflanze nicht kaputt schneiden können. Und daraufhin habe ich die ganzen älteren Räume auch noch mal überarbeitet und halt sie überall. Und dann fing es an mit dem Ketchup und dann fing es an mit dem Senf und mit den Spockerkugeln und mit den Kaugummi, die das wie überall hin gehen kann. Ja, ich glaube, das war der erste Screen. Oh Gott, oh Gott. Ja. Wobei ich hier in Türen reingehe, möchte ich nochmal hier lang, weil da waren wir ja auch noch nicht. Wir sind ja nämlich gleich in diesem Raum hier gelandet. In dem Wunderschönen. Ähm. Achso. Ha, ich habe mir jetzt schon gedacht, dass wir hier landen. So, hier meine Tür, den Yuppie und ansonsten Schloss, das wir wahrscheinlich nicht aufbekommen. Er telefoniert. Sache nett. Tauscht du dein Telefon gegen diese kostbare, limitierte Erstausgabe? Bestimmt nicht. Das Telefon ist meine Existenzgrundlage. Da ist jede Nanosekunde erreicht. Sehe ich ja jetzt erst. Ne, ne. Was hältst du von diesem Typen, Harvey? Ein obsessiver Börsenspekulant auf Entzug. Nichts Ungewöhnliches. Hallo? Hallo! Feuer! Feuer! Bleib mal gerade dran, ja? Willst du etwas Bestimmtes? Kannst du mal kurz mit dem Telefonieren aufhören? Bestimmt nicht. Da ist gerade mein Broker dran. Es geht um Millionenbeträge. Ah ja. Ob du mir wohl mal dein Telefon borgst? Hör mal. Das Telefon ist meine Existenzgrundlage. Nicht auszudenken, was passiert, wenn ich nicht erreichbar bin. Man stelle sich nur vor, ich legte es nur einen kurzen Augenblick lang aus der Hand. Zum Beispiel, weil meine Frau ruft, sieh nur, Juppie. Es ist ein Junge. Und man stelle sich weiter vor, in diesem kurzen Augenblick, in dem ich zu meiner Frau hinüberschiele, fällt der Kuss meiner Aktien ins Boden lose. Ich würde Millionen verlieren, weil ich nicht am Telefon war. Nur einen kurzen Augenblick lang. Ein einziger Augenblick der Achtlosigkeit. Und mein ganzes Leben ist zu Ende. Ja. Ich bin froh, dass wir nicht in den Gänen schuld sind. Du kennst nicht zufällig einen Weg hier raus, oder? Nein. Aber du willst hier sowieso nicht raus. Glaub mir. Die Welt da draußen ist ein brutaler Ort. Die Fehler, die du da machst, haben echte Konsequenzen. Wenn du zum Beispiel mehrere Millionen Euro verlierst. Nur, weil du für einen kurzen, schlitze, klitzekurzen Augenblick unaufmerksam warst. Zum Beispiel, weil deine Frau ruft, sieh nur, Juppie. Es ist ein Junge. Dann wird dich die Schuld ein Leben lang verfolgen. Ist nicht so wichtig. Telefoniere ich weiter. Das wollte ich ohnehin. Hallo? Bist du noch dran? Yeah. Ich glaube, hier kommen wir nicht weiter. Gehen wir mal durch die Tür. Ähm. Ein Dino-Film. Ich mag keine Dino-Filme. Am Ende sind sie ja doch alle ausgestorben. Eben. Das macht der Professor da hinten. Der hat auch eine Karte, ne? Oder? Okay, das hat sehr viel geholfen. Lass das. Ich muss wissen, wie es ausgeht. Wie es ausgeht, okay. Der Stift guckt am liebsten Romanverfilmungen. Aber sie gefallen mir nicht. Sie werden dem Buch nie gerecht. Ja. Wo du recht hast, ne? Kapitän unbrauchbar. Guckt gerne, wer wird Millionär? Und wer wird ja wohl noch Träumen dürfen. Hier. Toppflanze haben wir hier noch. Ihr scheint das Fernsehprogramm zu gefallen. Es ist genau Ihr Niveau. Ich habe kein Fensterplatz und den Fenster... Was? Ich habe kein Fensterplatz in meinem Nachthemd mehr frei. Und den Fensterplatz in meinem Herzen hat Harvey. Von dort spucke ich auf vorbeikommende Passanten. Dieser Stuhl hat sie noch alle. Im Gegensatz zu gewissen anderen... Was hältst du davon, Harvey? Ein selten hässlicher Esel. Es ist ein Sessel, Harvey. Ein Sessel. Schrei mich nicht so an. Im Gegensatz zu dem Esel besitze ich Ohren. Hallo. Hey. Du musst dich nicht von mir verstecken. Wer weiß. Du könntest ja auch eine verkleidete Welle Serupte sein. Ich heiße Edna. Angenehm. Ich bin Professor Nock. Nett, dich kennenzulernen. Was machst du da hinten? Ich betreibe Nock-Forschung in Paläontologie. Hinter dem Sessel? Well sonst. Eine prehistorische Skelett liegt nicht einfach in die Mitte des Himmels. Das wäre dann nämlich längst allen aufgefallen. Das leuchtet ein. Nettart. Bist du etwa einer von diesen verrückten Wissenschaftlern? Unerhört. Was bildest du dir ein? Die Jügend von heute. Sie sehen einen weißhaarigen Mann, der ein Irrenhaus hinter einem Sessel kauft. Und schon bemühen sie wieder dieses alte Klischee vom verrückten Wissenschaftler. Es tut mir leid. Ich wollte dich nicht beleidigen. Darf ich bitte den Kanal wechseln? Auf keinen Fall. Ich muss wissen, wie es ausgeht. Das Schicksal der Menschheit hängt davon ab. Nja. Wohl eher von den Dinosauriern. Die Dinosaurier sterben aus. Das kann nicht sein. Sie verstellen sich, um uns in Sicherheit zu wägen. Was haben sie nur vor? Wollen sie etwa insgeheim die Polkarten schmerzen? Du kannst umschalten. Ich muss Vorbereitungen treffen. Okay. Dann benutze mal den Fernseher. Willkommen bei den Börsen-News. Hier geht es nur um zwei Dinge. Kaufen und Verkaufen. Na toll. Vom Regen in die Traufe. Ja. Kannst du nochmal umschalten? Ich lass das jetzt an. Es läuft ja eh nur Mist. So sieht's. Dann benutzen wir es erst mal den Lichtschalter. Oh. Wenn man mal darüber nachdenkt, dann war Meister Eder auch ein Vollschitzung. Da bekommt die ganze Sendung eine etwas unheimliche Konnotation. Wenn du so siehst, dann auf jeden Fall. Das einzige Licht, das sie bekommen, kommt vom Fernseher. Ja, die wachsende Rolle zum Fernseher hin. Der Künstler war offensichtlich schwer depressiv. Kannst du das mitnehmen? Den hässlichen Klumpen? Ach nö. Sag mal, der Professor, wieso? Der hat doch ein Ticket. Hallo Professor. Angriff der Flug, Saria. Oh, du bist es nur. Hallo, Edna. Leihst du mir dein Ticket für den Wäschelift? Das geht leider nicht. Ich muss in meine peruanische Bernstein mienen, um Dino-DNS abzubauen. Ein Jammer. Leihst du mir dein Ticket für den Wäschelift? Das geht leider nicht. Ich muss in meine peruanische... Ein Jammer. Weißt du etwas über Dr. Marcel? Mehr als die meisten. Wusstest du, dass er ein dunkles Geheimnis hat? Ich wusste es. Ich wusste es! Of course! Er zückte Dino-Mensch-Breden in seine Geheimlebe auf die Jupiter. Die Jupiter. Das wusste ich doch nicht. Was macht die Forschung? Dirk, jetzt prima. Mir fehlen mir ein paar Dino-Gene. Das klingt spannend. Wie züchtet man den Dinos? Na, das weiß doch nun wirklich jeder. Dinosaurier schlüpfen aus fossilen Bernstein-Einschlüssen. Achso. Ich schaue später nochmal vorbei. Wenn die Welt dann noch existiert, meinst du? Ja. Plus-minus zehn Minuten. Ja, in diesem Screen enttage ich eine weitere meiner Inspirationsquellen. Für Edna Milch auswendig die wichtigste Inspirationsquelle. Und zwar ist es ja nun mal einfach fast zu offensichtlich, dass Edna als schizophrene Persönlichkeit mit ihrem sprechenden Stoffhasen quasi als imaginären Freund einfach sehr starke Analogien zu Meister Eder hat, der ja auch mit seiner Schizophrenie halt irgendwie einigermaßen durchkommt und einfach irgendwie mit seinen unterdrückten Triebaspekten in Form von Pumuckl umgeht als sehres, was reales. Ich fand diese Konstellation schon immer sehr spannend, auch schon als Kind, weil ich das schon bemerkenswert, wie damit gespielt wird, eben mit seiner Geisteskrankheit. Und ja, das hatte ich mir schon als Vorbild genommen für Edna nicht aus. Okay, wir sind uns gleich wieder.